So hilft Homecare von Fresenius Kabi, Patienten und Angehörigen. Herr Vogel fühlt sich seit einiger Zeit krank und lässt sich in einer Klinik untersuchen. Dabei findet die Ärztin einen gut behandelbaren Tumor. Die Diagnose verunsichert Herrn und Frau Vogel erst einmal. Als nach der OP Herrn Vogels Entlassung aus der Klinik ansteht, ist er noch sehr schwach. Herr und Frau Vogel machen sich Sorgen. Wie sollen sie die weitere Therapie und Versorgung zu Hause allein stemmen? Frau Schmidt vom Sozialdienst der Klinik gibt Herrn Vogel den Tipp, einfach einen Homecare-Anbieter zu nutzen. Sie stellt ihm eine Auswahl an Anbietern vor. Herr Vogel nimmt den Vorschlag dankend an und entscheidet sich für das erfahrene Experten-Team von Fresenius Kabi Homecare. Schon kurz darauf steht Herr Sommer als freundlicher Patientenbegleiter für Herrn Vogel bereit. Der examinierte Krankenpfleger Sommer beantwortet geduldig alle Fragen rund um die anstehende Versorgung mit den benötigten Hilfsmitteln, Verbandmitteln und künstlicher Ernährung. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Versorgung zu organisieren. Er zeigt den Vogels, wie man alles richtig anwendet. Zusätzlich berät und schult er auf Wunsch den Pflegedienst für die Anwendung der Produkte von Fresenius Kabi. Herr Sommer koordiniert die Lieferungen von Fresenius Kabi und das Zusammenwirken von Herrn Vogels Hausärztin, Pflegedienst, Sanitätshaus, Krankenkasse und Apotheke, damit alle an einem Strang ziehen. Er entlastet das Ehepaar bei vielen Aufgaben, Fragen und Sorgen. So kann sich Herr Vogel entspannen und aufs Gesundwerden konzentrieren. Herr- und Frau Vogel sind erleichtert, dass Herr Sommer sie so gut begleitet. Beraten, versorgen, begleiten. Die Kosten für die benötigten Produkte übernimmt in der Regel die Krankenversicherung. Für die Patientenbegleitung durch Fresenius Kabi Homecare entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die Patientenbegleitung steht außerdem nicht nur Patientinnen und Patienten zu Hause, sondern auch Menschen in Alten- und Pflegeheimen offen. Wünschen auch Sie sich eine entlastende Patientenbegleitung oder möchten Sie mehr über Fresenius Kabi Homecare erfahren? Dann besuchen Sie uns auf www.freseniuskabi-homecare.de